Konrad Gessner, Zürichs erster Universalgelehrter. Er wirkte unter anderem als Theologe, Sprachwissenschaftler, Arzt, Botaniker und Zoologe. Untertitelung des ZDF, 2020 Konrad Gessners umfassendes Werk und seine außergewöhnlichen Leistungen auf dem Gebiet der Bibliografie, Zoologie und Botanik stehen am Anfang der langen Geschichte der modernen Naturwissenschaften, die unsere Weltanschauung maßgeblich mitprägt. Untertitelung des ZDF, 2020